und geht wie folgt. Das ist nicht des deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert. In das Geisterreich zu dringen, männlich mit dem Wahn zu ringen, das ist seines Eifers wert. Schwere Ketten drücken alle Völker auf dem Erdenballe. Als der Deutsche sie zerbrach, Fede bot dem Vatikane, Krieg ankündigte dem Wahne, der die ganze Welt bestach. Höheren Sieg hat der Errungen, der der Wahrheit Blitz geschwungen, der die Geister selbst befreit. Freiheit, der Vernunft erfechten, heißt für alle Völker Rechten, gilt für alle Elfge Zeit. Das war Ihr Weckruf. Schönen Dank. Danke schön. Wow, das hat gekribbelt im Bauch. Wenn wir auf den Bauch achten, hat sich bei mir heute ziemlich viel bewegt schon. Mir kam immer wieder der Spruch in Sinn, da staunt der Laie. Und der Fachmann wundert sich. Unglaublich, diese Tiefe. Ich danke dir für diesen Vortrag. Jetzt sage ich schon du. Ich fühle mich schon so vertraut mit ihm. Da haben wir jetzt wirklich was zu verdauen. Ich denke, diese DVD ist live mitgeschnitten worden heute. Ihr könnt den Vortrag sicher ab morgen im Internet finden. Wir werden auch sicher etwas herstellen, damit das dann weitergeht. Unsere Kameraleute haben fleißig gearbeitet. Ziel ist, dass heute jeder einzelne Referent seinen Beitrag mit nach Hause nehmen kann als fertig geschnittene DVD. Das ist ein neuer Rekordversuch von unserer Filmcrew. Vielen Dank.